Roncalia ist eine Fraktion von Piaenza in Oberitalien. Der Stadtteil ist vor allem bekannt durch die im Mittelalter hier abgehaltenen Reichstage des Heiligen Römischen Reiches. Hoftag auf den Roncalischen Feldern Der zweite Hoftag von Roncalia fand vom 11. bis zum 26. November 1158 auf den Roncalischen Feldern in der Umgebung von Piaenza statt. Ziel dieses Hoftages Kaiser Friedrich I. war es, dass von den Beschlüssen eine ordnungsstiftende Wirkung ausgehen sollte. Da die Königsmacht in Reichsitalien seit den Salien de facto nicht vorhanden gewesen war, sollten nun verbindliche Rechtsnormen geschaffen werden. Problematisch war dies, da viele der italienischen Kommunen sich in der Zwischenzeit zu einem eigenen Machtfaktor in Reichsitalien entwickelt hatten. Die Reichsrechte waren zu der Zeit gleichzustellen mit der Staatsgewalt und befanden sich lange nicht mehr in den Händen des Kaisers, sondern bei den Kommunen. Der Kaiser ließ eine Kommission aus Rechtsgelehrten der Universität Bologna die sogenannten Roncalischen Gesetze ausarbeiten. Dabei wurde größtenteils das römische Recht rezipiert und dem Kaiserrecht Vorrang vor dem IUS-Commune gegeben. Angesichts dieses Rechts waren somit alle Kommunen nicht legitim. Die nachfolgenden ausgearbeiteten Gesetze hatten das Ziel angestrebt, alle Macht wieder auf den Kaiser auszurichten. Erste Lex Regalia Zweite Lex Omnis Iuris Diccio Dritte Lex Palazie Praetorie Vier Lex Tributum Es entstand eine Liste mit folgenden Regalien. Verfügung über alle Herzogtümer, Markgrafschaften und das gesamte Verkehrsnetz sowie dessen Einkünfte, wie Z.B. Zöllen, Wege und Hafengeldern. Bestimmung über das Münz- und Marktrecht Außerdem besaß der Kaiser das Recht, Konziuts zu ernennen. Zusammengefasst ergaben diese Regalien das erste Gesetz. Durch die Lex Omnis Iuris Diccio, das zweite Gesetz, wurde Friedrich als Ursprung und Alleinverfügende über das Recht angesehen. Die hohe Gerichtsbarkeit und der Bahn waren von nun an Rechte des Kaisers. Friedrich konnte durch diesen Beschluss auch weitere Gesetze in Reichsitalien beschließen. Außerdem mussten alle Richter den Bahn vom König einholen und ihm Amtsdienst leisten. Für Friedrich war dies eins der wichtigsten Gesetze, nachdem die Kommunen dieses Recht dem König entzogen hatten. Das dritte Gesetz, die Lex Palazie Praetorie, gab Barbarossa das Recht, auf jedem beliebigen Ort eine Pfalz zu bauen. Das Gesetz wandte sich deutlich gegen die Städte und ihr Vorhaben, die kaiserliche Burg aus der Stadt zu verdrängen. Barbarossa bekam durch dieses Gesetz freie Auswahl auf den Errichtungssort. Das letzte Gesetz, die Lex Tributum, gab dem Kaiser das Recht, die Steuern in Reichsitalien beliebig zu erhöhen oder zu senken. Die vier Bologneser-Rechtsgelehrten gaben Friedrich damit die juristische Handhabe für die Steuerpolitik in Italien. Obwohl die Gültigkeit für die Abhandlung nie ausdrücklich belegt wurde, er nahm sich somit das Recht, willkürlich über die Steuerpolitik zu bestimmen. Für die Bewohner der Städte war dieses Recht das Schlimmste von allen und allgemein eine Gefahr für die italienische Wirtschaft. Dies war ein Teil der von Friedrich I. betriebenen Politik einer Restauratio Imperii. Die Beschlüsse musste Friedrich schließlich militärisch durchsetzen. Im Laufe seiner weiteren, letztendlich in großen Teilen gescheiterten Italienpolitik gelang ihm dies nur teilweise. Im Frieden von Konstanz 1183 wurde ein Kompromiss mit den Kommunen erreicht, der allerdings weit hinter den ursprünglichen Zielsetzungen des Kaisers zurückblieb. Außerdem wurde auf dem Hoftag von Roncalier auch der Schutz für fahrende Schollaren und Professoren zum Gesetz erhoben. Dieses befreite sie von der Haftung für die Schulden ihrer Landsleute, einziges Gesetz Friedrichs, das in den Kodex Justiniani eingefügt wurde. Vielen Dank.